Heute Motto Konzert Halloween und die ganze Crowd hat sich als ein Haufen besoffener Penner verkleidet. Wer ist zum ersten Mal heute bei uns? Und wer ist ehrlich zum ersten Mal heute bei uns? Ihr seid ein Haufen Lügner. Ja du schon, du warst jedes Mal besoffen, deswegen. Wir sind zwischen die anderen aus Hamburg St. Pauli und wir schimpfen uns die besteste Band der Welt. Oh, das ist ja krass, da wollen ja wirklich viele Leute uns sehen heute. Was trinkst du eigentlich? Je nachdem wo wir sind, ne? Ja, wir sind ja heute in Jena. So betreuen, damit wir nicht den Preis bezahlen. Weil momentan ist alles scheißegal. Das werden wir bereuen, wenn wir wieder Nächte haben sind. So den Glück der Erdwissen und Geschichten lassen. So bereuen und einen hohen Preis bezahlen. Aber heute ist alles scheißegal. Das werden wir bereuen, wenn wir wieder Nächte haben sind. Werden wir dieses Lied hinter Kette ansingen. Und so bereuen, dass wir den hohen Preis bezahlen. Aber heute ist alles scheißegal. Das werden wir bereuen. Ey, weißt du was, dreh mal nicht durch. Ey, alles wird gut, wir haben die Getränke. Ich besorg das alles nachher, irgendwann später, morgen. Digga, halt mich nicht zurück. Kurz wieder ein Spray, Digga, putze halt mich. Hier erklärt jemand dem älteren Herrn, wie Social Media funktioniert. Ich liebe deine Perfekte, Perfekte in Perfektion. Kann ich das einfach so machen? Ja, das kannst du einfach so machen. Ich bin user 31611139. Folgt mir alle, bitte. Bitte. Ja. Guck mal, den Spiegel mache ich weg. Ah, krass. Was machst du? Ich brenne CDs. Mit Liebe. Jede CD wird geküsst vorher und nachher. Kapitalismus. Hier wird gestempelt und gedruckt und das Cover wird hier auch eingepackt, ganz professionell. Guter Junge, er macht seine Vernunft, verstehst du? Punkrock, Karate, zwei Parts, Darth Vader, It's My Life und so weiter. Dann deine Ansage, bis Nagel den Sarg trifft, Part hoch. Das Ding dann, bist du bereit? Ja. Die Mann! Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Wir zählen uns unser Geld und wir fläten uns ein Haus. Jooo. Na? Auch schon wach. Und es ist jetzt 11.05 Uhr. Das ist doch eine gute Zeit. Dann filmen wir alle Leute beim Frühstück. Ich bin damit schon fertig. Dornsalat zum Frühstück. Das ist genau mein Ding. Ist doch egal. Möchtest du was sagen, Karina? Deine letzte Show, Papa? Meine letzte, ja. Echt? Wir werden dich nicht feiern, der Herr Klo? Nee. So, ich bin feiert. Neben der ganzen Tristesse, hier gibt es natürlich auch zwischendurch mal gute Nachrichten. Magos letzte Show. Mago, hau ab! Magos! Magos letzte Show, yes! Ich will zurück nach Hause. Was? Weil du wirklich gar nichts weißt. Höchst wahrscheinlich nicht dein Mann. Was hab ich zu sein? Hier ist für die Leute. Jeder, der Gast. Ihr müsst umrühren. Ich hab jetzt in alle Sojamilch gemacht. Verstehst du? Ja. Sippschaft wird's verwirrt. Alles in Sojamilch. Beste Sippeneinlass ever, ey. Also, früher gab's Bier beim Sippeneinlass. Geh mal weg. Wir sind alt, Martin. Kaffee. Lebensretter. Wieso gibt's jetzt Kaffee statt Bier hier? Es gibt auch Bier. Wir haben beides immer versorgt. So, das ist also der Punkt, wo Punkrock heute hingekommen ist. Wir kommen auf den Zett und trinken erstmal ein Käffchen. Okay, wollt ihr mal präsentieren, was ihr hier mitgebracht habt? Ja, also, das und zwar... Diese Blumen, die hab ich extra gepflückt, weil ich dachte, die passen so gut zu Swiss Augenfarbe. Eine Kerze, die hat Douglas. In der Grundschule extra für Matze gemacht. Hey, Leute. Ich liebe Geschenke. Ich geh mal davon aus, das ist meistens wahrscheinlich für mich, oder? Alter, Deutsche singen bei der Arbeit. Das machen wir ja eigentlich auch. Genauso. Das ist schon mal ein Volltreffer. Kann man sagen. Oh, ne Kerze. Oh, ist ja ne, danke. Die riecht doch richtig gut. Wer will die Monte Autogrammkarte? Oh, ich will die haben. Die Schlagerparade. Wolle Petre, Wolle Petre, Wolle Petre. Hast du wahrscheinlich die meisten schon. Leider Gottes habe ich das meiste jetzt. Es wäre doppelt. Und das hier wurde mit der Begründung, weil wir Playboys sind. Ist das Parfum? Das King Game. Oh, das ist bestimmt was ganz Feines. Mmh. Marco. Komm mal her. Für deine letzte Show. Komm, Digi. Nicht so schüchtern hier. Komm. Ja. Und das scheint mir hier so ein Edelkristall zu sein. Geil. Den kriegt Ferris. Ferris, Ferris, ja. Nee, den will ich den Stein. Den kriegt Jakob. Das ist mein Energiestein. Du kriegst dafür meinen Apfelmus. Nee, ich will keinen Apfelmus. Okay, dann hab ich meine Platte ab. Wo wollen wir denn noch nie mehr machen? Mit dem Fall wollen wir tun. Wo wollen wir tun? Wo wollen wir tun? Wo wollen wir denn noch nie mehr machen? Mit dem Fall wollen wir tun. Wo wollen wir tun? Wo wollen wir tun? So Carina. Jetzt können wir auch mal dokumentieren, was du hier den ganzen Tag stehen hast. Willst du sie angucken? Ja, bitte. Das wünsche ich mich auch gerne. Bullshit. Nicht zu viel Jakob zeigen, bitte. Das letzte Mal ist viel zu lange gewesen. Jetzt sitzen wir zusammen alle in meinem Christen. Wie hab ich das vermisst? Ich sag nicht, wie es ist. Die Show in die Runde hat kein Licht im Gesicht. Ich hab das schon vermischt. Und es tut sich ja viel früher. Meine großen Schwestern und die ganzen alten Brüder. Auf mich, du bist du. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Du bist der Schlampe, den du hast, du bist du ein. Hey, hey. Hey, 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 hey. Du bist der Schlampe, den du hast, du bist du ein. Hey, sag mal, hat einer von euch meinen Deo-Roller gesehen? Ich vermisse ihn seit geraumer Zeit. Ich glaub, ich hab ihn genommen. Tut mir leid. Oh mein Gott. Ich wollt grad sagen, ich hab gesehen, wer ihn genommen hat. Wir hatten das im Plenum angesprochen. Ja. Dass wir das ansprechen, wenn wir etwas nehmen. Matthias. Es tut mir wirklich leid. Es gibt auch andere Möglichkeiten, was gegen deinen Geruch zu tun. Ja. Zum Beispiel Duschen. Das wollt ich auch mal ansprechen. Die kommen auf dem Gig, um sich die Zähne auszuschlagen. Lieber sterben wie ein Pit, als zu leben wie dies. Oh nee, das kannst du auch gar nicht aufnehmen. Die geguckt immer meine Haare. Oh nee, jetzt hab ich auch gar keine Lust mehr.